Das ist schon einzigartig. Das ist echt einzigartig. Moment, eine kleine Entudies-Belt machen wir noch hier. Krass. Wie schon auf Sendung? Bist auf Sendung, ja. Hallo Welt! Ich habe mich verstümmelt, aber auch das konnte mich nicht daran hindern, diese schöne Tour jetzt zu starten. Gestern sind wir unterwegs mit dem James Coshwell. Habe ich mich vorgestellt, hier im Ufer, ne? Schon gesagt? Ne, vorher noch nicht, aber... Muss aber sein. Das sah gut aus, mit dem Gips und den Händen hoch. Das musst du noch mal machen, Jürgen. Was, Herr Heiko? Das hat was. Ja, wir sind jetzt noch 18 Tage unterwegs, Alter. 18 Tage waren es, ne? Und heute Abend in Schwanewede. Jetzt sitzen wir gerade in Bremen, in der Artist Flat heißt das Ding. in der Brunnen. Und, ähm, da wir so gut drauf sind, ähm, singen und spielen wir gerade. Und, ähm, das ging zwar schon mal einfacher, aber das schicksalig ist schon ein anderes einfacher. Lass doch mich vom Spielen dazu halten. Okay. Ein Lied von meinem am 14. Mai herauskommenden Album. Das Lied heißt Weg nach Haus. Wir suchten nach Wegen und schossen weit über das Ziel und der Rückenwind. Das war viel zu intensiv. Wir wurden von Fernweh angewägt, viel zu viel. Wir verliefen uns in der Nacht, die nach uns redet. Wir fanden sowieso nie den Weg nach Haus. Wir fanden sowieso nie den Weg nach Haus. Hier steht es sicher schon bis zum Halten. Wir sind genauso weit und der Regen stimmt. Wir kommen nie von ungefähr. Du kannst es drehen und fänden, wie du willst. Es tut mir leid. Bitte lass mich gehen. Es fällt mir viel zu schwer. Es fällt mir viel zu schwer. Es fällt mir viel zu schwer. Wir fanden sowieso nie den Weg nach Haus. Wir kamen sowieso nur im Kreis herum. Wie der Schade aus. Es fällt mir viel zu schwer. Es fällt mir viel zu schwer. Wir sind das Leben nach Haus. Wir kommen nie den Weg nach Haus. Wir kamen sowieso nur im Kreis herum. Wie der Schade aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020